Hey Leute, in diesem Video erfährst du einmal, wie du eigentlich so ein normales Stromkabel hier richtig abisolieren kannst, dass die einzelnen Adern auf gar keinen Fall verletzt werden. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich verwende als Beispiel hier jetzt ein Nym-Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 3x1,5 mm², so wie es auch normalerweise bei dir zu Hause zum Beispiel in der Steckdose oder auch für die Lampe oben verwendet wird. Bei mir ist jetzt mein Kabel hier einfach lose, doch wenn bei dir zu Hause das Kabel zum Beispiel aus einer Steckdose rauskommt, dann unbedingt die ersten drei Sicherheitsregeln einhalten. Zuerst spannungsfrei machen, heißt Sicherung rausnehmen, zweitens unbedingt gegen Wiedereinschalten sichern und drittens die Spannungsfreiheit mit einem zweipoligen Spannungsprüfer messen. Wenn du dir trotzdem irgendwie unsicher bist, unbedingt einen Elektriker rufen, denn hier mit Strom ist wirklich nicht zu spaßen. Ich zeige euch jetzt einmal zwei Varianten, wie ihr so ein Kabel hier abisolieren könnt. Variante 1 ist mit einem Cuttermesser und nicht wirklich die optimale Lösung, doch im Notfall ist das Ganze auch möglich. Variante 2 ist dann mit so einem Profi-Werkzeug von zum Beispiel Yukari hier. So solltest du es auf jeden Fall zu Hause machen, wenn du das Ganze öfters anwenden willst. Doch genug geredet, zuerst einmal müssen wir hier den Kabelmantel abmanteln. Hierfür, wenn du zum Beispiel bei einer Steckdose das Ganze hast oder vielleicht auch bei einer Lampe, solltest du einfach mal ungefähr bei 15 cm mit deinem Cuttermesser hier hinten dann rundherum leicht einschneiden. Hier unbedingt darauf achten, dass du wirklich nur oberflächlich schneidest, denn wenn du zu tief reinschneidest, dann machst du auch die Isolierung hier drin schon kaputt, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Das Ganze ist rundherum eingeschnitten und jetzt einfach mal das Kabel hier leicht knicken und dadurch, wie du sehen kannst, bricht der Kabelmantel hier auch schon schön auf und wir können das Ganze einfach nach hinten runterziehen. Wenn auch die innere Schutzschicht hier weggenommen worden ist, unbedingt das Ganze mal betrachten und schauen, dass hier nirgendwo Kupfer durchschaut oder du hier einfach leicht reingeschnitten hast. Wenn es so ist, das Ganze abzwicken und nochmal von vorne. Jetzt bei den einzelnen Leitern ungefähr einen knappen Zentimeter hier vorne einmal wieder rundherum einschneiden. Hier auch wieder schauen, dass man einfach nicht zu tief runter geht und dann kannst du normalerweise das Ganze auch schon nach hinten wegziehen und auch nochmal unbedingt darauf achten, dass hier vorne das Kupfer nicht irgendwie beschädigt worden ist, denn dann solltest du das Ganze wiederholen. Mit einem Cuttermesser ist das Abisolieren auf jeden Fall möglich, wenn du jetzt kein Profi-Werkzeug zu Hause hast. Doch du brauchst unbedingt etwas Übung und darauf achten, dass hier hinten die Isolierung nicht beschädigt wird und hier vorne das Kupfer auch nicht wirklich eingeschnitten wird. Die effektivere und vor allem auch sicherste Methode ist mit so einer speziellen Abisolierzange und mit einem Entmantler hier. Das geht um einiges schneller und du wirst keine Ader verletzen. In unserem Entmantler haben wir hier vorne einmal zwei kleine Schneiden drin, die das Ganze hier schön sauber aufschneiden und dann kannst du das Ganze auch abziehen. Hier einfach einmal ansetzen, wieder bei etwa 15 cm. das Ganze schließen, kurz links rum, kurz rechts rum und du kannst das Ganze schon abziehen und hast hier hinten sicher keine Beschädigung in der Isolierung. Wie gesagt, das Ganze sehr schnell und einen besseren Schnitt bekommst du einfach nicht hin. Zum Abisolieren von diesen einzelnen Leitern nehme ich hier eine spezielle Abisolierzange. Bei der kann ich zum Beispiel hier vorne einfach die Länge einstellen, wie lange das Ganze abisoliert werden soll. Bei mir sind das jetzt 8 mm, was auf jeden Fall passt. Dann gebe ich hier meinen Leiter einfach einmal rein, stoße vorne bei der Länge an, ich drücke drauf und das Ganze wurde auch schon abisoliert. Also wirklich eine super Erfindung. Eine weitere coole Sache, du kannst solche Leiter hier ohne weiteres hier hinten abschneiden. Dafür das Ganze reinsetzen, einmal draufdrücken und schon ist meine Leiter hier hinten gekürzt. Bevor ich es vergesse, das Kupferstück, also dieser Leiter hier vorne, kann natürlich etwas länger oder etwas kürzer sein. Hierbei ist nur wichtig, dass wenn du das Ganze in eine Klemme reingibst, dass hier kein Kupfer mehr ausschaut. Heißt, wenn es jetzt zum Beispiel so ausschauen würde, wenn ich das Ganze zudrehe, dann den Leiter kürzen, dass die Isolierung einfach in der Klemme verschwindet. Und somit haben wir auch schon unsere Stromleitung bzw. unser Stromkabel richtig abisoliert, dass du das Ganze zum Beispiel an eine Lampe anschließen kannst. Wenn du zu Hause jetzt ab und zu an Strom arbeitest, kann ich dir so ein Profi-Werkzeug hier wirklich nur ans Herz legen. Das Ganze ist nicht wirklich teuer und auf jeden Fall einiges effektiver und sicherer als wie mit so einem Cuttermesser hier. Wenn du dir jetzt so einen Entmantler, eine Abisolierzange oder vielleicht sogar so ein normales Stromkabel hier zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Markenherstellern und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geschickt und du musst dich extra in einen Baumarkt fahren. Wenn du dir diese unter Sielen also zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.